ist auch da ja ja wo ist er denn in der form der stand her und herzlich willkommen die einladung habe ich mir gewünscht ja wir werden jetzt domse unterstützung zu sichern denn der untergrund unterstützt domse und damse wird untergrund vertrauen nur domse wird nicht wissen wo der untergrund ist wer der untergrund ist das möchte ich hinten irgendwo da einen berg am westen so eine festung bauen so ein ganz kleines haus so quasi der untergrund haus und dann die koordinaten zeigen du willst weiter weg da vorne wo der berg ist dann gehen wir in die koordinaten an und sagen ihnen er soll sich mit uns treffen hier vorne siehst du direkt der berg da ich sehe nicht mal dich hier sind hühner oh gott kleiner fliegender engel ich bin da wer noch ich bin hier im berg in den wolken willst du jetzt wirklich dahin ich will da jetzt so den untergrund reinbauen so hinter dem wasserfall am besten aber das ist doch voll am ok das muss doch damit so finde ich wieder aber ich muss doch jetzt ja ich komme gleich wieder nein nein kannst du glas mitbringen nein weil ich jetzt da bin so ich hab zwei glas reichen die nein muss muss kannst du holz holen nein ok wir kriegen das schon hin wir kriegen das hin ich hab holz wir kriegen das hin wir bauen jetzt hier einfach den unter schluck der bierholz da holz da holz wirst du sollst einfach wegfliegen ich hab's wieder aufgesammelt also ich find's witzig dass der untergrund sich in luftiger höhe befindet ist schon durchdacht ja dann kommt keiner drauf dass es der untergrund ist weil alle denken oh mein gott das fliegt jetzt kann nicht der untergrund sein also gründen wir den übergrund quasi wir gründen jetzt den übergrund ich bin im bau ich bin im bau ich bin im bau ich bin im bau und weißt du was am schlauesten wäre ich nein garantiert nicht also wir sichern jetzt einfach jeden hilfe zu wir laden auch basti und alle anderen in den untergrund ein keiner wird wissen dass wir es sind außer die leute die jetzt diese folge sehen und am ende ist jeder im untergrund außer wir so rein theoretisch und alle verbünden sich gegen uns das ist ein super plan nein wir laden basti auch ein das find ich gut okay du wolltest holz haben ich habe holz danke auch ein glas ganze zwei glas hast du jetzt ich hab auch noch zäune okay warte ich flieg nochmal nach hause und hol sachen für den untergrund und du bleibst hier ja was tu ich hier ist mir egal ich kann doch mitfliegen dann steckt der ey dickie winken dir ist es zu schwer wöhwähwäh du warst halt noch nicht juggen na und nur weil du keine muskeln im arm hast ich kann nicht wudern wenn du so fett wirst ja sie hast du gesehen das eine bild, dass ich neuliche am mossi gezwittert habe ja hab ich ich hätte ja an dich twittern sollen Aber das Bild hat einen schon echt angetönt, oder? Ja. Willst du beschreiben, was drauf zu sehen war? Selbst mich als... Mann, ich muss sagen, mir gefielen die Brüste auf dem Bild wirklich gut. Willst du erzählen, was drauf zu sehen war? Nein. Nein. Willst du da jetzt wieder mit jemandem außer deinen Psychologen drüber sprechen? Nein. Wahrscheinlich nicht mal mit denen, oder? Dani, du hast manchmal schon... Da hat einer von meinen Twitter-Leuten umge-tweetet und mir so gedacht... Das ist ein Enderman. Mir egal. Wir sind sogar auf der perfekten Höhe. Wir sind sogar auf der Landehöhe. Ja, ja, mit dem Boot sind wir sogar losgeflogen. Ja, siehst du, die Organisation ist auf unserer Landehöhe. Ja. Hält mir. Danke, du mir auch. Danke, babe. Ich weiß, aber ich bin nicht deine Liga. Ich weiß. I'm too ho. I'm too ho. I'm too ho. Ja, das stimmt. I'm too high for you, wollte ich sagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hau. Hau. Ich möchte nicht mehr mit dir darüber sprechen. Das war ein Poupa meiner Seite. Hm. Ich weiß. Halt dein Maul. Es ist sicherlich wichtig. Halt deine Schnauze, Digga. Halt deine Schnauze, Digga. Halt deine Schnauze, Digga. Halt deine Schnauze, Digga. Oh Gott. So, Baby. Ja, also schaut auf jeden Fall auch bei den Lochis vorbei. Zusammen mit, äh, Lion. Lion. Ich liebe Lion. Oh mein Gott. Lion. Der hat zwar denselben Vornamen wie ich, aber ist nur halb so cool. Hä? Du heißt auch Lion? Ja, äh, Lion ist ja der Vorname. Das T ist der Nachnam. Ich heiß auch Lion. Ja, das ist der Lion-Tilly. Wie? Okay, gut. Verstehe ich. Kommst du jetzt hoch, Digga? Ja, Digga. Digga. Ich digga dir gleich ein. Und da hat jemand unter mir so in meinen Kommentaren geschrieben, so, boah, ich hasse Mädchen, die so oft Digga sagen. Hab ich gesagt, so, echt Digga, erzähl mir mehr, Digga. Ich digga dir gleich ein, wenn du mich mehr erzählst, Digga. Und er so, WTF. Ich so, Digga, was los? Ich liebe meine Kommentare. Ist Diggern ein positives oder ein negatives Vorn? Ich weiß es nicht, kommst du jetzt? Ja, ich, ich komm ja schon. Immer, wenn ich dich sehe. Ich flieg gleich alleine los, ich brauch dich nicht. Ich, ich bin schon hinter dir. Du bist immer hinter mir. Ja, ist die Aussicht doch am besten. Oh, da hat mir grad den Famous jemand geklaut. Ich glaub es nicht. Ja, ähm, du weißt schon, dass wir gerade aufleben. Ja, ich bin voll, ich bin voll drin. Hm, ich auch. Oh, Digga, mir wurde Mr. Trashback weggekauft. Mach du Mr. Trashback. Okay. Ich flieg, ja, ich flieg, jo. Ähm, sind das deine Beine, auf denen ich sitze? Sitze ich grad auf deinen Schoß? Ja. Seid bitte aus. Aber ich bin grad voll drin. Bitte verlasse dieses Boot. Nein, ich bin noch nicht fertig. Oh Mann. Ich war fluchen. Nein, du bist, du bist richtig. Du bist, du bist richtig. Ich seh nur Wolken. Ja, du musst weiter, geradeaus. Und jetzt rechts durch das Loch durch. Rechts. Wir sind einfach der Untergrund. Wir sind der Untergrund. Oder wollen wir hier unten den Untergrund bauen? Hier drin? Ja, aber wir bauen doch gerade... Okay. Du darfst entscheiden, das wäre ja direkt über ihn. Dann wäre er ja der Übergrund. Unter. Das geht ja nicht. Das ist der Untergrund. Ja. Das ist der einzig wahre Untergrund. Wir können hier so eine Anlegeplattform bauen. Das hast du. Okay. Dann hast du auch eine Aufgabe. Wow. Ich vertraue dich mit Aufgaben des Untergrundes. Aber es darf keiner wissen, dass wir der Untergrund sind. Ich pack jetzt einfach so den Titel, wir sind nicht der Untergrund. Ich auch der neue Untergrund? Und Fragezeichen. Einfach unsere Vereinigung, wir untergraben einfach dieses ganze Unternehmen. Welches Unternehmen? Wir sind das, meine Jüte. Kapierst du denn gar nichts? Wir müssen uns nur fragen, wir brauchen ein Konzept, was machen wir als Untergrund? Wir unterstützen jeden und sichern somit den Krieg. Aber was bringt uns das? Reichtümer? Liebe? Liebe? Ich bin nicht Liebe. Oh mei. Es ist nie Liebe. Aber du bist was Tolles. Bei Lions will ich nicht lieben. Wenn ich ihm seine Knochen breche. Ja, aber dafür der andere Timo. Ja, der ist aber scheiße, habe ich gehört. Was? Tut mir leid. Vielleicht nochmal Tim? 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 Ja. An die Kommentare? Nein. Als ob jemand nach deinen Namen fragt. Bist du niedlich? Ja. Nein, ich habe nur eher Bedenken, dass sie die Aussagen zu ernst nehmen. Äh, Schatzi? Was denn? Mausi? Meine ganzen Sterne teleportieren sich in dich rein, glaube ich gerade. Ja, das stimmt. Möchtest du welche haben? Ja, eigentlich schon. Hier. Da. Reicht. Danke. Danke. Grüß dich. Bitte. Du darfst wieder gehen. Okay. Dann fahre ich halt wieder. Nein, bleib hier. Nein. Keine Stockstation bauen. Ja, aber ich habe mein ganzes Holz an dich gegeben. Du solltest ja auch mit Steinen bauen. Mit deinem Blut. So spät. Ich bin heutzutage keine intelligenten Männer mehr. Magst du mir mal ein bisschen dunkles Holz geben? Danke. Ich brauche hier so eine Treppe runter, ne? Wir machen ja so mehrere Stationen, ne? Machen wir das? Machen wir. Das weißt du natürlich. Okay. Ja, das haben wir ja auch so besprochen. Während wir vorhin mit dem Boot geflogen sind. Ich erinnere mich. Stimmt. Zweifelst du die Worte des Untergrundes? Zweifelst du meine Worte an, die ich dir sage? Was sage? Dann bist du ein Gegner des Untergrundes. Und du weißt, dass mit Gegnern ein Untergrund passiert. Sie werden in den Untergrund eingeladen? Genau das. Dachte ich mir. Aber nur um diese ruhig zu halten. Wir sind doch intelligente Menschen. Also jedenfalls ich. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie holst du mir die Sternschnuppe? Du hast mir versprochen, mir die Sterne vom Himmel zu holen. Hm. Ist ja schon runtergefallen. Oh lieber Tim. So jetzt einzusammeln. Ach Tim. Timmer. 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 So. Falls ihr fragt. Ja. Gast und ich hassen uns. Vollkommen wahr die Gerüchte. Ja. Wir nehmen eigentlich nur Videos zusammen auf, weil wir uns so sehr hassen. Ich hasse ihn einfach so sehr. Ich nehme mit jenen auf den ich hasse. Außer mit Domse. Weil den hasse ich ja nicht. Weil den magst du ja. Ja genau. Äh. Hast du ein paar Eimer da? Nein. Kannst du ein paar Eimer besorgen? Klar. Für dich besorge ich alles Baby. Hast du auch zu den Sternen gesagt. Und sie sind jetzt immer noch am Himmel. Nein. Die fallen. Nacht für Nacht fällt einer runter. Einer? Bin ich dir nur einen Stern pro Nacht wert? Ja. Ist doch eine gute Bezahlung. Ich weiß was ihr sagen wollt Leute. Und ja. Ihr hasst uns. Immer nur. So. Ich blick jetzt einen anderen Weg. Was? Du gehst weg von mir? Ja. Ich soll doch einen Eimer für dich holen. Ja. Bring Kohle mit. Oh die Kohldickerin. Kohle Kohle Kohle. Kohle Kohle Kohle. Kohle Kohle. Kohle Kohle. Tralander. Ist doch klar. Das stimmt. That's right. Das ist weiß. Aber rassistisch geworden. Tschuldigung. Du färbst ab. Und das war nicht rassistisch gemeint. Der war gar nicht so schlecht. höre ich öfters ne eigentlich nicht so wofür brauchst du überhaupt einmal ich brauch kohle also hier war viel wasser aber ich habe das wasser schon eingedämpft also brauchst du keinen nee ich brauch keinen eimer was ist denn los mausi du hörst mir nie zu ja ich bin permanent aus den öhren blöden ich sehe was was du nicht siehst ich sehe was du nicht siehst was hast du nicht ich hab mir noch ganz gesagt warte was ich hier und die helft der zuschauer hat keine ahnung wovon du redest er das nicht kennt der ist nicht mein zuschauer dann ist das nicht mehr mein land nicht nach dem kohle gestorben ist und mein projekt roll ist okay kannst du ruhig mal mitbauen tut mir leid ich hab dich auch gern also sand mitbringen da seht ihr einen mann der mich gerne ermorden möchte bitte bin ich in game of soms und hast endlich mal welche 8 wo krieg ich den sand her will zu sand oder glas beides 14 hier habe ich noch drei glas 18 27 15 22 ich bin ich du da brauchen das ganz andere anfang schon für mich hast du lange mal mitbringen dann brauche ich doch einmal was ist denn falsch mit dir warum warum da haben übrigens keinen sand wir haben buch und feder für die einladung hast du irgendwo noch buch und feder da ist ein buch brauchen aber auch tinte dafür ne so zack dann nähe ich hier noch eine feder hier raus nein hier ist das ding zu ende oh asi ja mausi ich habe die falschen blöcke mitgebracht soll ich dir was mitbringen noch bin ich zu hause ich glaube das ist aber immer eigentlich so ich bin es doch wieder zu ich bin es doch wieder zurück gegen das zu ziehen so ähm kannst du mir ich habe erstmal angst diese magma blöcke kennst du die ich habe erstmal angst welche magma blöcke ach schatze na magma blöcke halt meinst du jetzt netherrack das was wir mal ansünden kann oder was meinst du nein ich meine magma blöcke die es neu gibt ja und die soll ich dir jetzt holen ja hast du die nein naja ich habe welche in meiner truhe aber ich weiß nicht wie viele ich weiß dass domse welche hat ich klein mir jetzt was von domse erstmal ja ja wir bringen es ihm wieder ja wir immer das ist ja das problem ja derjenige der dich in diesem projekt klaus bringt nie was zurück warte man das ist viele hatten oh domse hat davon richtig viele ich nehme mal nein es ist der kräuter ich will davon äh wie viel brauche ich 20 ne brauche ich nicht mal ich brauche so achten also ich habe jetzt lava und drei glas mehr sand oder sonst das ist gerade nicht da ja sie was denn sie danke dir das war unerwartet wir bringen ihnen dann 18 magma blöcke wollen wir das noch in der nächsten folge machen oder wollen wir es dann offline machen ähm am besten wäre das wenn wir irgendwie hätten dass jemand sieht dass wir sie zurückbringen ne ja aber ihr müsst dann unsere zeugen sein dafür ja danni ja liegst du bei dir am bett also ja okay kommst du hoch kommst du hoch okay ich hole dich daheim ab ich irgendwo hier hatte ich sie oder bist du hier beziehungsweise du musst ein bisschen weiter nach oben klettern aber irgendwo haben oder bist du in der truhe warte ich kann bloß nicht oh man ich hoffe ich sie oben in der truhe habe ich weiß nicht welche hatte ich habe die nicht extra mitgebracht oder die wurden mir auch gekriegt ich glaube das wäre dann ja nichts neues doch ich habe hier noch magma blöcke ähm ich bin Richtung Zarge oben hässchen hässchen bist du daß im boot ja wem in der boot ja oh du bist viel zu hoch du musst mal runter kommen Entschuldigung Sachen die spawnen aber gar nicht immer so uns beeilen ich bin ein bisschen abgehoben seitdem ich dich kennengelernt habe bist du äh komm doch her hä das bist du du bist doch eben gerade am hier vorbeigelaufen heihihihihihi ich bin gerade richtig ich habe dich jetzt gleich drin gesehen das war leer bei mir das war der bei mir weißt du es ist gut das du das jetzt machst ne ich habe hier nebennehmen Milka Schoko & Kekse und das schme est gianh okay Dann heißt das doch nicht, dass du fressen kannst. So funktioniert. Wir sind wie Catboy, wir teilen uns einen Magen. Okay. Was ich esse, kommt auf deine Hüften. Kannst du mal schneller paddeln? Ja. Hallo Brot. Wo bist du denn eigentlich gestorben? Direkt da vorne. Direkt vor der Geheimbahn. Okay. Schneller. Ich mach ja schon. Chill mal. Ein wird von Tom, so 18 oder 20 Blöcke genommen. Ach, wirst du gleich sehen. Wer sind das? Ich hab keine. Wahrscheinlich sind sie weiter unten. Spring. Hasi? Ja. Weiß nicht wieso, aber ich hab's im Inventar. Sehr gut. Ich hab's nämlich nicht. Und das ist doch nicht die, die du gerade aufgehoben hast. Aber ich hab ne Pferderüstung dafür zum Beispiel jetzt. Du hattest. Ja, dann hat jeder jetzt ein paar Sachen. Ja. Ähm. Wollen wir die Folge, dann? Ja, aber erstmal müssen wir, kannst du die zurückbringen? Ja, ich muss erstmal den Wasserfall wieder hochschwimmen, von denen ich gerade runtergeschickt wurde. Weil unten ja wahrscheinlich die Lava blöcke liegen. Ich hab's erst da nachgesehen. Hm. Ist das klar? Weiß ich nicht. Ich überleg mir's noch. Ach, Hase. Ich liebe diesen Mann. So, kommst du jetzt? Ja. Natürlich. Mausi. Wo bist du denn, Mensch? Ich bin doch... Ich glaub, ich hab ja 18 Blöcke von ihm gelebt. Aber bis er mehr genau weiß, geb ich dir jetzt 20. Okay. Also geb ich ihm 20 zurück. Ja, ist doch gut. So, hier ist Glas. Hier ist Lava. Ja. Es ist mir egal. Meine Fresse. Ich liebe es, wenn du schlecht gelaunt bist. Ich geh ja schon. Musst du geben, es war witzig. Gassi, Lai? Boah, witzig. Ich bin witzig. Ich kann's gar nix. Ich bin witzig. Genau. Na, Mama sagt, ich bin witzig. Ja, ey, jetzt sagst du echt. Hm. Meine Mama sagt aber auch, wenn sie meine Mutter wäre, wäre sie nicht mit mir befreundet. Also, wenn sie nicht meine Mutter wäre. Mhm. Ich verstehe nicht, wieso. Ich schon. Hey. Trotzdem bin ich mit dir befreundet. Irgendwas mach ich falsch. Mama hat mich lieb. Sie weiß es nur noch nicht. Ich leg das mal daneben. Auch immer, was vorher lag. Wir haben sie zurückgebracht. Die Blöcke. Also, zumindest sieht man in deiner Folge, wie sie genommen wurden. Und in meiner, wie ich sie zurückbringe. Sogar mehr. Ja. Glaub ich. Ich paddel mal wieder rüber zu dir. Einmal immer in die Folge. Ja. Halt dich für gar nicht so doof. Nee. Nein, doch. Wenn ihr euch jetzt bei mir zugeschaut habt, und falls ihr bei ihm zugeschaut habt, dann frag ich mich echt warum. Ja. Ehrlich mal. Schaut gefälligst bei Dani. Meine Fresse. Bei Dani kommen die Folgen gerade eh früher als bei mir. Und bis zum nächsten Mal. In unserem geheimen Untergrund. Ja, der super geheim wird. Wir bauen jetzt hier im Endeffekt ein Haus hin. Super. Tschüss. Das ist der Untergrund. Ja, ja. Ich muss noch umso große Leuchtreklame hinmachen. Der Untergrund. Kommt doch alle vorbei. Das ist echt gut. Ich sollte mich echt hier in den Tod stürzen, ey. Mach eine Fresse. Tschüss. Wir werden uns. Tschüss. Tschüss. hypoc. heeft Vielen Dank.